Guten Abend, liebe Demo-Teilnehmerinnen. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer 225. Montags-Demo unter dem Motto Keine sinnlosen Großprojekte von Stuttgart bis Saar Paulo begrüßen. Wir wollen bewusst zur Stunde des ersten Gruppenspiels der deutschen Nationalwelt darauf hinweisen, was für negative Auswirkungen die FIFA-WM auf die Bevölkerung von Brasilien hat. Deshalb freue ich mich, dass wir nachher Gerd Rathgeb vom Verein Poema, Träger des Fließenspreises der Anstifter 2008, als Redner gewinnen konnten. Mein Name ist Michael Becker von Kern 21 aus dem Remsberg. Ötschkan Jammern dokumentiert in seinen Fotos den Widerstand gegen die Abholzung des Gesipars und die Präteste der Taksim-Plattform. Er konnte seine Bilder international ausstellen. Zurzeit ist er in Deutschland unterwegs und heute in Stuttgart. Nachher um 20 Uhr im Forum 3. Und jetzt kommt er zu uns und richtet ein paar Grußworte.